Wenn das, was die Taz da schreibt, stimmt, dann ist es wirklich schlimm. Diesen Satz hat eine Journalistin zu mir gesagt, als wir uns über den Fall Hannibal vor einiger Zeit unterhalten haben. Und gemeint ist damit eine Recherche, die zahlreiche Journalisten durchgeführt haben, unter anderem ein Rechercheteam der Taz, die zwei Jahre lang an diesem Fall gesessen haben und etwas aufgedeckt haben, das so ungeheuerlich war, dass es zuerst kaum jemand glauben wollte. Worum ging es? Es ging unter anderem um einen SEK-Beamten, der 60.000 Schuss Munition geklaut hat und im Garten vergraben hat, um sich auf einen ominösen Tag X vorzubereiten. Es ging um Soldaten, die Todeslisten erstellt haben, auf denen dann Journalisten und Politiker standen. Und es ging um einen gemeinnützigen Verein, der paramilitärische Trainings für Mitglieder einer geheimen Chatgruppe organisiert hat. Das klingt alles wie so ein richtig schlechter Thriller aus der Bahnhofsbuchhandlung, ist aber tatsächlich Realität. Das ist Deutschland im Jahr 2019. Die beiden nächsten Referenten sind Teil des Taz-Teams, die diesen ganzen Vorfall oder diese ganzen Strukturen zwei Jahre lang intensiv recherchiert haben und dafür vollkommen zu Recht mit zahlreichen Preisen überhäuft wurden. Bitte begrüßt gemeinsam mit mir ganz herzlich Sebastian Erb und Daniel Schulz, die euch jetzt etwas erzählen werden über die Affäre Hannibal. Danke. Hallo, guten Tag. Wir freuen uns, in so einem großen Saal oder Halle ja eher sprechen zu können. Wir, das sind Daniel Schulz, hier zu meiner Rechten. Und Sebastian Erb. Unser Vortrag hat den Titel Die Affäre Hannibal. Wir sprechen, wie gesagt, über ein Netzwerk von Soldaten, Polizisten, anderen Behörden, Mitarbeitern, die rechtsextrem sind. Und mit diesem Netzwerk haben wir die vergangenen zwei Jahre verbracht, darüber was herauszufinden. Und inzwischen ist der Hashtag, den wir diesem Netzwerk gegeben haben, nämlich Hannibal, so ein bisschen zu einer Art Chiffre geworden für alles, was schiefläuft in den sogenannten Sicherheitsbehörden. Moment, rechtes Netzwerk in der Bundeswehr, war da was? Fragen wir doch mal diesen Herrn. Insbesondere haben wir bislang keine extremistischen Netzwerke entdeckt. Politisch motivierte Gewaltbereitschaft spielt in der Bundeswehr derzeit keine Rolle. Das ist Christoph Kramm. Er ist Präsident des Bundesamtes für den Militärischen Abschirmdienst, auch bekannt als MAD. Das ist der Geheimdienst der Bundeswehr. Und er hat es gesagt, im November 2018, am 16. November 2018, das war bei der Anhörung der Chefs der Nachrichtendienste im Bundestag, im Parlamentarischen Kontrollgremium, das normalerweise streng geheim tagt, aber eben einmal im Jahr das auch öffentlich macht. Und da hat sich eben der MAD-Chef geäußert. Der Zeitpunkt ist insofern interessant, weil er zwischen zwei Veröffentlichungen liegt. Einmal hat der Fokus und einmal hat die TAZ zu diesem Zeitpunkt einen Text über eben jenes Netzwerk gebracht, noch in einem sehr frühen Stadium. Und der Fokus und die TAZ bilden, man mag es, ich glaube, kein Rechercheverbund natürlich, sondern wir haben unabhängig voneinander recherchiert. Und wir fragen heute in dem Vortrag, was ist seitdem passiert? Was hat sich geändert und was würde oder wird Herr Gramm eigentlich heute zu diesem Thema sagen? Das Netzwerk, über das wir sprechen, eben dann Hannibals Schattennetzwerk, ein geheimnisnetzwerk von Männern, die sich verbunden haben, einerseits in Chatgruppen, aber auch sozusagen außerhalb des Internet. Und das sind Männer, die den Staat eigentlich schützen sollten, die ihm aber misstrauen oder gar in Gefahr bringen. Im Zentrum des Netzwerks steht ein Mann, er heißt André S. Anfang 30 ist der Soldat der Bundeswehr im Rang eines Hauptfeldwebels. Er ist nicht irgendein Soldat, sondern ein Elitesoldat des Kommandos Spezialkräfte der Bundeswehr. Das ist die Einheit für die härtesten Einsätze, wenn es um Geißelbefreiung im Ausland geht, von deutschen Staatsbürgern oder auch Terroristenjagd in Afghanistan. Das KSK ist geheim unterwegs, selbst der Bundestag erfährt das im Nachhinein, ob es überhaupt irgendwelche Einsätze gab. Die machen aber auch Imagewerbung auf YouTube oder Alexa. André S. nennt sich mit seinem Spitznamen Hannibal. Und zwar, das hat nichts mit Elefanten zu tun, sondern es geht um Hannibal aus dem A-Team. Was steht denn drauf? Was drauf steht, ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Hannibal vernetzt sich in verschiedenen Chats mit anderen gleichgesinnten sogenannten Preppern. Da redet man dann darüber, Safehäuser anzulegen, Lebensmittel zu horten oder auch Fluchtrouten für den Fall einer Katastrophe auszukundschaften. Diese Katastrophe ist der ominöse Tag X. Tag X kann vieles sein, von einer Naturkatastrophe über eine russische Invasion bis hin zu der rassistischen Vision einer, dass uns sozusagen Migranten alle überrennen werden, eines Tages. Und für diesen Fall finden einige radikalisierte Mitglieder auch, sei es auch okay, Waffen zu horten und vielleicht auch politische Gegner umzubringen und dafür Feindeslisten anzulegen. Hannibal hat auch einen Verein gegründet, der heißt Unita e.V. mit Sitz in Stuttgart. Ein NGO, wie sie sich selbst bezeichnet, ein Berufsnetzwerk von aktiven und ehemaligen Spezialkräften, unter anderem aus der Bundeswehr und auch der Polizei. Und das ist die offizielle Darstellung. Hinter den Kulissen sieht es ein bisschen anders aus, wie wir herausfinden konnten. Dort heißt es dann nämlich von Aussteigern, der Verein sei organisiert wie eine Sekte. Und in diesem Verein hat der Bundeswehrsoldat Hannibal Zivilisten trainiert, in Militärtaktik. Und es wurde oder wird, es wurde zumindest gearbeitet an einem Aufbau einer bewaffneten Einheit, der sogenannten Defense. Und der Verein hat auch wenig Berührungsängste mit fragwürdigen Akteuren. So wollte er zum Beispiel mit dem Präsidenten Duterte in den Philippinen kooperieren. Das ist, viele werden es wissen, der Autokrat, der unter anderem dafür bekannt wurde, dass er vermeintlich die Drogenkriminelle ohne Prozess hinrichten lässt. Der Verein UNITA an sich ist nicht per se rechtsextrem, aber Rechtsextreme fühlen sich dort sehr wohl. So könnte man es rechtlich vielleicht ausdrücken, rechtlich abgesichert. Das ist zum Beispiel Franco A unterwegs gewesen. Das ist der Bundeswehrsoldat, der sich als syrischer Flüchtling ausgegeben hat. Und der Anschläge geplant haben soll, der steht deswegen auch bald vor Gericht. Im Hannibal-Komplex oder im Hannibal-Netzwerk waren auch unterwegs. Die Leute aus der sogenannten Nordkreuz-Gruppe, mindestens zwei von denen gelten dem Generalbundesanwalt als verdächtig, rechtsterroristische Straftaten geplant zu haben. Der Gründer und Administrator des Nordkreuz-Netzwerkes, Marco G., ist gerade vom Landgericht Schwerin verurteilt worden wegen illegalen Waffen- und Munitionsbesitzes. Wichtig an dieser Stelle ist, wenn wir hier die männliche Form benutzen, und von Männern reden, das ist kein generisches Maskulinum, sondern es gibt in diesem Netzwerk, soweit wir es herausfinden konnten, also so gut wie keine Frauen und wenn, dann sind es irgendwie die Ehefrauen von manchen oder so. Also die spielen da wirklich keine Rolle. Das ist ein elitärer Männerbund, den wir uns hier anschauen. Wir haben hier mal leicht vereinfacht das Netzwerk skizziert, so wie wir es recherchieren konnten. Man sieht eben, dass im Zentrum oben Hannibal steht, der verschiedene Sachen gegründet hat. Einmal diese Prepper-Chats, die waren aufgeteilt nach den Himmelsrichtungen. Im Süden eben war Franco A. unterwegs, dann im Norden eben die Männer von Nordkreuz, gegen die auch ermittelt wird. Im Westen und Osten gab es auch, auch Österreich und die Schweiz und verschiedene andere Gruppen. Er hat eben auch den Verein gegründet, UNE TV, wo verschiedene Leute drin waren. Und wir haben jetzt manche Sachen hier auch weggelassen. Zum Beispiel, wer alles von denen Freimaurer ist, die spielen da auch eine Rolle, dass da viele Freimaurer sind. Und manche Polizisten, Soldaten sind in einen Lazarus-Orden feierlich eingetreten. Solche Dinge sehen wir da auch. Wichtig ist, dass das Netzwerk keine feste Organisationsstruktur hat. Also es ist nicht so, dass von oben jemand sagt, was gemacht wird. Sondern es sind Verbindungen, die mal enger sind, mal loser, manche inzwischen wieder gekappt, die sich auch ändern. Und einer, der jetzt hier irgendwie links unten im Netzwerk ist, der muss gar nicht unbedingt wissen, was die anderen rechts oben so machen. Und das ist nicht unbedingt nur Zufall, sondern teilweise auch so gewollt, dass die Leute sich auch gar nicht mit echten Namen vielleicht kennen, sondern dass sie sozusagen in einzelnen Gruppen dann irgendwo unterwegs sind und vielleicht die anderen nur per Nickname kennen. Wir werden jetzt ein bisschen berichten, wie wir überhaupt dazu gekommen sind, zu dem Thema zu recherchieren und wie wir das gemacht haben. Und dann ganz am Ende dann auch gerne Fragen beantworten. Also wie hat das angefangen? Wie kamen wir zu Hannibal oder Hannibal zu uns? Wie war das? Ja, ganz am Anfang stand eine Meldung wie diese, wahrscheinlich genau die von der dpa. Also sozusagen, es war irgendwie klar, in Mecklenburg-Vorpommern wird wegen Terrorverdacht untersucht. Und unsere Reporterin Christina Schmidt ist dann da hingefahren. Damals war von Hannibal natürlich noch nicht die Rede. Wir kannten auch diesen Decknamen noch nicht. Aber es gab eine Besonderheit und zwar hat der Generalbundesanwalt nicht Polizeikräfte aus Mecklenburg-Vorpommern hinzugezogen. Die wurden bewusst ausgeschlossen. Das liegt unter anderem daran, dass es zwei Verdächtige gab. Einer von denen war Kriminalpolizist, auch unter den Zeugen waren Polizisten und Leute, die mit dem Militär zu tun hatten. Und deswegen sozusagen wurden die nicht mit hinzugezogen. Wir haben uns natürlich zu diesem Zeitpunkt gefragt, also es war dann klar, die Leute, oder relativ bald klar, die Leute sind im Netzwerk unterwegs. Es hat so 30, manchmal hat man auch 40 Mitglieder oder Leute, die damit zu tun haben. Und wir haben uns damals gefragt, auch als Journalisten wollten wir aus dem NSU-Debakel lernen, was ja auch ein journalistisches Versagen teilweise war. Ist es ein neuer NSU? Das haben uns nicht nur wir uns gefragt, das haben sich auch andere gefragt. Und in dieser Stimmung entschied sich dann, das wissen wir heute, dass es eine strategische Entscheidung war, einer der Leute, nämlich der führende Kopf dieses Netzwerks im Norden, ein Interview im Panorama zu geben. Der Grund dieser Gruppe ist im Grunde nur eine, wie soll ich das nennen, modern, neumodern, nennt man das die Prepper-Szene, wenn Ihnen das was sagt. Prepper, Vorbereiten, das sind so Leute, die sich auf eine Krise, auf eine Umweltkatastrophe, auf irgendwelche Engpässe in der Versorgung und dergleichen versuchen im Rahmen ihrer Möglichkeiten vorzubereiten. Es ging los eben mit Nahrungsmittelvorräten, Wasseraufbereitung, Energieversorgung. Also einige haben sich ein Aggregat gekauft, ein Stromaggregat und so weiter. Ja, das ist Marco G., den Namen kann man sich mal vormerken, der kommt später öfter nochmal. Marco G. ist eine Schlüsselfigur im Hannibal-Komplex, weil er der Gründer und Administrator von Nordkreuz ist, also diesem Chat-Netzwerk im Norden. Marco G. ist seit 30 Jahren Polizist, 13 Jahre Landeskriminalamt, sehr lange Spezialeinsatzkräfte, war früher sozusagen Fernspieler bei der Bundeswehr, also Elite-Soldat, so Leute, die man hinter die feindlichen Linien abwirft und die dann selbst zurechtkommen müssen. Er ist da sehr, sehr gut ausgebildet. Und nach diesem Interview gab es so ein, wie soll ich sagen, bundesweites Durchatmen, ja, Erleichterung. Huh, es sind ja nur Prepper, die einen dachten, okay, das sind harmlose Typen, die Konserven horten, die anderen dachten, okay, schon Spinner irgendwie, aber auch nicht gefährlich. Und mitten in diese Erleichterung hinein haben wir von so einer Szene erfahren an einem Imbiss, an einer Landstraße nahe Schwerin, wo sich vier Männer verabredet haben, Linke, also am Tag X könnte man sie ja eventuell in so Bundeswehr-LKWs beiseite schaffen und verschwinden lassen. Ja, also wir reden hier sozusagen über einen, weiß ich nicht, Geiselnamen oder vielleicht auch Vorbereitung zur Tötungsszenario. Die Sache ist die, Bundeswehr-LKWs, es ist für diese Männer nicht so weit hergeholt gewesen, die sich da getroffen haben, weil die waren allesamt Reservisten der Bundeswehr, die werden da durchaus rangekommen. Ist auch recht praktisch, wenn es so einen Tag X wirklich mal gäbe, kommt man wahrscheinlich mit dem Bundeswehr-LKW noch am ehesten durch irgendwelche Straßensperren oder so durch. Reservisten, das klingt erstmal so nach alten Männern, die vielleicht auch schon mal ein bisschen dicker sind und die sich irgendwie über die guten alten Zeiten bei der Armee unterhalten. Es gibt aber durchaus auch aktive Reservisten-Kompanien und die werden tatsächlich bei Naturkatastrophen oder zum Beispiel bei so Ereignissen wie beim G20-Gipfel eingesetzt. So, sieht das schon mal so ein bisschen nach Tag X aus. Also ausgerechnet die Reservisten-Kompanie aus Mecklenburg-Vorpommern sollte in Hamburg eingesetzt werden beim G20-Gipfel. Der Kommandant wäre ein Nordkreuz-Prepper gewesen. Das haben die Nachrichtendienste kurz vorher noch gemerkt und ihn aus dem Verkehr gezogen. Also sozusagen er hat diese Einheit nicht kommandiert. Und wir sind ja ihm und verschiedenen anderen Leuten während unserer Recherchen begegnet und wir haben uns halt oft gefragt, sind diese Leute rechtsextrem? Wir können es jetzt vielleicht schon im Vorhinein mal sagen, also wir sind dem klassischen Rechtsextremen nicht begegnet. So Kameradschaftsleute, NPDler, was weiß ich. Was wir gefunden haben, sind so mittelalte bis ältere weiße Männer, die sich nach der stärkeren Zuwanderung ab 2015 und der darauf folgenden Organisationskrise quasi radikalisiert haben. Teilweise innerhalb von relativ kurzer Zeit. Und diese Männer wehnten sich im Besitz einer exklusiven Wahrheit, wie die Lage in Deutschland wirklich ist. Und diese exklusive Wahrheit bekam sie unter anderem von Hannibal, der nämlich dann in den Chats so geschrieben hat, mit seiner Autorität als KSK-Soldat, als hätte er Informationen, die anderen verschwiegen werden. Sogenannter investigativer Journalismus sieht ja oft so aus, dass man gute Kontakte hat. Zu jemandem, der ein Papier hat, eine ganze Akte vielleicht, die er einem rüberschieben kann und dann kann man sich das alles anschauen, analysieren, gewichten, aufschreiben, hat dann einen exklusiven Text oder was auch immer für eine Veröffentlichungsform. Das war in dem Fall nicht so. Die Akte mussten wir sozusagen selber füllen. Und was haben wir also gemacht? Das war im Prinzip wie eine eigene Ermittlung, kann man sagen. Und wichtig an dieser Stelle ist, die Prepper-Chats als solche in dieser Form gab es zu dem Zeitpunkt schon gar nicht mehr. Weil da hat Hannibal gesagt, mach sie mal wieder lieber zu. Das war zu dem Zeitpunkt, als Franco A. Anfang 2017 aufgeflogen ist. Da war es dann doch so ein bisschen zu heiß. Und so kennt man ja noch nicht unbedingt die kompletten Chatverläufe. Teil davon konnten wir mal lesen oder haben es gehört. Im Gericht wurden auch Sachen vorgelesen. Was haben wir also gemacht? Ein Teil der Recherche war online. Wir haben uns dann also auf den Zweifel mal 287 Likes bei Hochzeitsfotos angeschaut. Irgendwelche Bilder, Strecken über Bodyguard-Workshops. Immer auf der Suche nach Leuten, die vielleicht eine Rolle spielen, die man wiedererkennt, die relevant sein könnten. Manchmal muss man Profilnamen erraten oder ausprobieren. Dann über die Rückwärtssuche, dass man mit einem Foto wieder zu anderen Profilen kommt. Manchmal konnten wir auch Usernames oder Telefonnummern aus den Chatskanten dann irgendwie ein Profil zuordnen. Und so erfährt man dann von vielen Verbindungen und Personen, die einem noch unbekannt waren. Instagram ist sehr beliebt bei diesen Leuten. Da können sie dann posten mit Waffen, mit Patches oder auch mal mit Zigarren. Und es war dann auffällig, dass während wir dann intensiv da recherchiert haben, dann auch viele Sachen verschwunden sind. Also mal da ein Like, hier mal eine Freundschaft über Facebook gekündigt, hier mal ein ganzer Beitrag gelöscht. Also es wurde aufgeräumt, Verbindung gekappt. Wir haben natürlich das Wichtigste gesichert. Bei Facebook sind die Männer sehr aktiv. Sie laden sich zu Veranstaltungen ein oder sagen, was für ein tolles Training das doch war. Oder dieses Patch sieht doch super aus. Oder sie teilen auch die Recherchergebnisse der Taz, das dann in Klammern meistens nicht so wohlwollend. Und aktiv sind sie auch sehr bei LinkedIn. Ich persönlich wusste gar nicht, dass das ein richtiges soziales Netzwerk ist, wo man irgendwie auch liken und posten und teilen kann. Das hier zum Beispiel ist das Profil von Hannibal. Er nennt sich da auch Hannibal. Rechts neben dem Namen ist ein Freimaurer-Symbol. Und er hat hier zum Beispiel irgendwie so Global Crisis Management angeboten. Und 77 Personen bezeugen, dass er militärische Kenntnisse habe. Und er wollte auch mal Investoren suchen für ein 14-Millionen-Euro-Projekt. Auch der Verein Uniter schon erwähnt. Der hat natürlich auch einen eigenen Auftritt mit Webseiten und Accounts. Was sehen wir da? Wir sehen zum Beispiel dieses Organigramm. Das ist nicht irgendwie so eine Behörde oder so eine größere Firma, sondern ein Verein mit vielleicht ein paar hundert Mitgliedern, die dann so Sachen haben wie District Leader und eine sogenannte Medical Response Unit. Also relativ komplex. Wir sehen aber auch so Sachen wie einen Tanzkurs oder Fanartikel oder eine Weltkarte. Uniter behauptet, in 64 Ländern unterwegs und aktiv zu sein. Natürlich gibt es auch eine Über-uns-Seite auf der Website, wo dann steht, dass sich radikale Ansichten in dem Verein nicht zu suchen haben. Was für ein Bild bekommt man also, wenn man das so drauf schaut? Ist ja vielleicht ein bisschen größenwahnsinnig. Vielleicht sind das irgendwie auch Spinner, aber vielleicht auch harmlos. Das ist zumindest das Bild, das Uniter ganz gerne vermitteln möchte. Und das funktioniert auch bis zu einem gewissen Grad. Es ist ja auch so, dass auch eine Behörde der Verfassungsschutz zu einem Zeitpunkt, wo der Verein zum Beispiel kein Beobachtungsobjekt ist offiziell, gar nicht so viel mehr darf, wie sich Webseiten anschauen. Und dann klickt man sich da durch und dann kommt man vielleicht zu so einem Schluss. Alles nicht so schlimm. Und das ist zumindest öffentlich nach allen Äußerungen auch so, dass der Verein wird nicht beobachtet im Verfassungsschutz, also auch nicht als extremistisch eingestuft. Wir konnten online auch sehr, sehr wichtige Sachen finden. Das zum Beispiel ist ein Post von einem, freundlicherweise von einem Provinzpolitiker in den Philippinen. Der hat mal ganz viele PowerPoint-Präsentationsfolien und von so einem Treffen abfotografiert auch, wo eben Uniter sich angedient hat, Mitzeitkräften von Duterte in den Philippinen aktiv zu werden. Und das konnte man einfach so auf Facebook finden. Man findet auch Sachen natürlich online oft, die vielleicht interessant sind, mehr oder weniger, aber nicht so besonders relevant. Ein Beispiel jetzt wirklich exklusiv hier zum ersten Mal überhaupt präsentiert, ein Foto von Hannibals Hund. Das ist der Hund, er heißt E-Punkt. Ja, nicht so wichtig, aber man findet ihn eben, wenn man lange genug sucht. Und diese ganzen Recherchen online, die waren sehr zeitaufwendig und wichtig, aber sie waren nicht das Entscheidende. Denn viel wichtiger war es, irgendwie rauszugehen. Weil natürlich sind die entscheidenden Sachen nicht online oder wurden schon gelöscht. Und viele Sachen kann man auch erst richtig einschätzen, wenn man mit den Leuten geredet hat. Also welche Online-Verbindung, was spielt die wirklich für eine Rolle dann da draußen. Und dann haben wir eben an vielen Türen geklingelt. Wir waren unterwegs an allen möglichen Gegenden, haben dann manchmal Leute getroffen an seltsamen Orten. Stichwort McDonalds oder auch vor irgendeinem Einfamilienhaus in Mecklenburg-Vorpommern. Es war komischerweise, es war immer kalt. Es war immer im Winter irgendwie hauptsächlich dann diese... Ja, das ist das Palme zu sehen, das Geschichtsfeld. Achso, ja, das ist das Symbolfoto. Nur an keine Produkte. Da, soweit hätten wir nicht, wären wir nicht gereist wahrscheinlich. Zumindest spielte das da keine Rolle. Und irgendwann haben wir dann auch Unterlagen gehabt, interne Vereinsunterlagen bekommen oder auch dann in Ermittlungsakten einsehen können. Sehr gut war, dass nach den ersten Veröffentlichungen sich Leute bei uns gemeldet haben. Also Informanten, die aus dem Netzwerk waren, drumherum, die was gehört haben. Und das war interessant und auch wichtig für uns. Einmal wegen der Inhalte, die sie uns erzählt haben, aber auch, das waren Leute, die tendenziell, würde ich jetzt mal so vermuten, tendenziell weit rechts von uns stehen, politisch. Die aber das, was sie da erlebt haben, gesehen haben, nicht okay fanden. Die das sehr problematisch fanden. Und das hat uns dann auch nochmal bestärkt, da dran zu bleiben, wenn sogar die Leute, die das sozusagen vielleicht alles ein bisschen lockerer sehen, dann auch schon als Problem wahrgenommen haben. Und ein bisschen schwierig für uns war, dass dann die Leute uns teilweise gespiegelt haben, dass sie selber Angst haben und nicht genau wissen, ob sie in Gefahr sind, wenn sie mit uns reden. Und das sind alles Leute, die im Zweifel in Afghanistan irgendwie im Krieg unterwegs waren und ganz andere Sachen schon erlebt haben. Und das hat uns auch ein bisschen zu denken gegeben, was das wirklich dann im Netzwerk da alles passiert. Und es war dann auch die Rede, dass ein Kopfgeld ausgesetzt wurde für eben dann Menschen, die mit der Presse reden. Was natürlich einmal mehr noch uns dazu gebracht hat, natürlich möglichst sichere Kommunikationswege und so weiter zu benutzen. Und ja, vielen Dank immer an dieser Stelle auch an die Leute, die uns Informationen gegeben haben, weil ohne die hätten wir das gar nicht recherchieren können. Ja, es gab am Anfang, als wir angefangen haben zu berichten, immer so die Frage, warum wird nicht über Hannibal berichtet? Und dann gab es Berichte darüber, dass nicht berichtet wird. Es gibt aber erstens schon seit Anfang an durchaus auch Recherchen großer Medienhäuser, wie zum Beispiel Focus, hat er ja schon erwähnt, aber auch Redaktionsnetwerk Deutschland oder so, die relativ am Anfang schon mit dabei waren. Und dann waren es vor allen Dingen aber die, sagen wir mal, nicht so etablierten Medien, die uns am Anfang auch schon quasi unterstützt haben oder die, weiß ich nicht, mehr Resonanz auf die Recherche eingefordert haben. Das ist zum Beispiel Übermedien, das ist ja hier zu sehen, das war einer der Ersten, die quasi reagiert haben und gefragt haben, wo denn so die Reaktionen bleiben. Auch das hier in Leipzig beheimatete, sehr schöne Radio Detektor FM hat uns zum Beispiel zu einem Podcast eingeladen und da hat dann Christina Schmidt, die ja das Team da schon geleitet hat, dann darüber gesprochen über die Frage, wie rechts steht die Bundeswehr. Es gab auch sozusagen Resonanz ganz stark in der, ich sage jetzt mal dieses unbeliebte Wort Netzöffentlichkeit, also auf Twitter zum Beispiel, so wichtige Accounts wie Reconquista Internet, die dann Redebedarf hatten, ob da nicht doch mehr dran ist und ob man diesen Dingen nicht nachgehen sollte. Sehr schnell angekommen ist die Recherche auch in den deutschen Parlamenten, im Bundestag, in den Länderparlamenten. Das spiegelt sich vor allen Dingen in der Zahl der Anfragen wieder, es gibt inzwischen halt allein im Bundestag über ein Dutzend solcher Anfragen. Die Sache ist immer, da kommt oft nicht so viel bei raus, in NRW heißt es dann, es gibt keine Erkenntnisse, in Bayern hieß es dann, es gibt keine gewichtigen, tatsächlichen Anhaltspunkte für eine Bewertung der Aktivitäten. Da merkt man halt einfach immer so Schwierigkeiten in der Einschätzung, die wir ja manchmal auch hatten, so ist es ja nicht. Wenn dann zum Beispiel Peter Tauber, der Staatssekretär im Verteidigungsministerium ist, sagt, ja meine Oma hatte auch Konserven im Schrank, ist die jetzt auch eine Prepperin oder was, ist die jetzt auch gefährlich. Dann dazwischen immer wieder der Chef des MAD, der irgendwie sagt, wir haben keine gewaltbereiten Extremisten in der Bundeswehr gefunden. Das hat der Verteidigungsausschuss gesagt, im Innenausschuss, im Parlamentarischen Kontrollgremium. Und das Parlamentarische Kontrollgremium hat sich dann trotzdem mal über 100 Akten kommen lassen, unter anderem vom Generalbundesanwalt, um sich mit dem Komplex zu beschäftigen. Und die haben auch einen speziellen Bericht dazu angefordert, der noch nicht fertig ist und der mal Auskunft über dieses Netzwerk geben soll. Was der MAD-Chef hätte wissen können bei all der Beschwichtigung und all dem Sagen, dass er keine gewaltbereiten Extremisten festgestellt hat, ist, dass es von seiner Behörde aus ja durchaus eine Verbindung zu Hannibal gab. Damals schon Hannibal war nämlich eine sogenannte Auskunftsperson des militärischen Abschwemdienstes. Das ist eine Quelle, könnte man sagen. Also da hat Hannibal auch schon über die Chats und über UNITA erzählt. Seine Verbindung in den Geheimdienst war Dieter W. Hier ist er zu sehen, ohne Kopf, weil, ja, aus rechtlichen Gründen. Dieter W. stand Anfang dieses Jahres vor Gericht in Köln, weil er an dem Verdacht stand, Hannibal vor Razzien gewarnt zu haben. Der Generalbundesanwalt hat nämlich 2017 bei mehreren KSK-Soldaten Durchsuchungen veranstaltet, um herauszufinden, inwieweit Franco A. und dieses Netzwerk um ihn herum und diese Soldaten was miteinander zu tun haben. Sie haben bei Hannibal nicht viel gefunden, was unter anderem daran liegt, dass mindestens ein Laptop und mehrere Datenträger verschwunden sind. Die Ermittler hatten den Verdacht, Dieter W. könnte da etwas nachgeholfen haben. Das Gericht konnte ihm das nicht nachweisen und er ist in erster Instanz entsprechend freigesprochen worden. Das war nicht die einzige seltsame Verbindung, die wir gefunden haben zwischen einem Nachrichtendienst und diesem Netzwerk. Meine Kollegin Christina Schmidt und ich waren im Februar an einem kalten Winterabend mal, haben wir an der Tür geklingelt in einem Stuttgarter Vorort, weil wir mit Ringo M. sprechen wollten. Den Namen haben wir ganz normal im Vereinsregister gefunden. Das war nämlich der einer, der den Verein mitgegründet hat, UNITER e.V. 2016 und der auch der Gründungsvorsitzende war. Also eigentlich eine ganz normale Person, die man eben mal befragt, wenn man über diesen Verein etwas wissen will. Kleine Randnotiz, manche kennen vielleicht Ringo M. noch als Ringo L., so hieß er früher. Und er war Polizist und Kollege und Vorgesetzter in der Böblinger Bereitschaftspolizei von Michel Kiesewetter, dem letzten Opfer des NSU. Wir sind also an diesem Haus, das ist ein mehrstöckiges Wohnhaus mit so einem Außentreppenhaus und Klingeln an der Tür. Es ist jemand da, weil innen ist Licht. Das Licht geht aus, im Flur geht die innere Tür zu. Also offenkundig will da jemand nicht mit uns reden. Kein Problem, was wir immer machen, dann lassen wir eine schriftliche Nachricht. Christina Schmidt hat angefangen zu schreiben und sie war noch nicht fertig mit so einem halben DIN-A5-Zettel, als wir Türen schlagen hören unten an der Straße. Und dann schauen wir runter und sehen einen schwarzen Porsche Cayenne, der vorgefallen ist, und vier Männer, die so in Formation auf das Haus zulaufen. Und wir so, okay. Wir konnten nicht viel machen, außer da runter zu gehen und zu fragen, wer ist denn da? Wir haben ihn auch schon erkannt. Einer von den Vieren war Ringo M. Einer hat sich als Anwalt vorgestellt, aber der war kein Anwalt. Und interessant war, dass Ringo M. hatte Redebedarf. Er war da mit Badelatschen und Socken, wie gesagt, ein kalter Februarabend. Und dann plauderten wir halt ein bisschen, weil jetzt oder nie, das war klar, die Chance kommt nicht nochmal. Und dann haben wir ihn gefragt, wie das so war mit dem Verein. Wir wussten schon, dass er relativ kurzfristig von dem Vorstand wieder zurückgetreten ist. Er sagt, ja, das lag an meinem Arbeitgeber. Das war irgendwie nicht so gut, das zu kombinieren. Dann fragen wir, wer war denn der Arbeitgeber? Wir müssen auch nicht den Namen sagen, war es eine Behörde, ist es eine Firma? Und dann, die Frage wollte er nicht so richtig antworten. Wir hatten schon eine ganz gute Vermutung, wer der Arbeitgeber sein könnte. Und dann haben wir am Schluss auch gefragt, ja, Sie arbeiten doch hier in Baden-Württemberg für den Verfassungsschutz. Und dann sagt er, nein. Das war aber gelogen. Das konnten wir dann auch nachweisen, haben das dann geschrieben, wurde auch ziemlich schnell vom Innenministerium Baden-Württemberg bestätigt und gab dann da auch in Baden-Württemberg so ein bisschen Aufregung. Weil es ja schon interessant ist, dass der Mitarbeiter des Landesamt Verfassungsschutz eben diesen Verein überhaupt erst gründet. Und dann wenige Monate später ganz abrupt sich zurückzieht von einem Vorstandsposten. Und kurz danach fliegte Franco A. auf, der auch eben in diesem Unita-Prepper-Gruppenumfeld da unterwegs war. Und ja auch sogar ein Unita-Patch zu Hause hatte, also zumindest offiziell Mitglied war er nicht, so wird beteuert. Aber er hatte zumindest eine sehr große Nähe zu diesem Verein. Und das Landesamt für Verfassungsschutz beim Württemberg wäre ja dafür zuständig zu schauen, was macht dieser Verein. Sind die so, wie sie sich geben oder vielleicht ist es doch ein bisschen problematisch? Müssen wir da genauer hinschauen. Und da kann man sich schon die Frage stellen, wie objektiv kann ein Geheimdienst denn eigentlich sich so eine Organisation anschauen, wenn der eigentlich Mitarbeiter die überhaupt erst mit ins Leben gerufen hat. Also gibt es da vielleicht eine Nähe, die im Zweifel ein bisschen zu groß ist? Jetzt kommen die konkreten Folgen, die unsere Recherchen dann doch auch hatten. Also in dem Fall haben wir das irgendwie geschrieben und dann gab es aber überhaupt einige Folgen, die unsere Recherchen hatten. Das haben sich nämlich einige Generationen dann auch distanziert von Unita e.V. Also zum Beispiel dieses Trainingsgelände in der Ortschaft Moosbach, wo Unita paramilitärische Trainings durchgeführt hat, da darf Unita nicht mehr drauf. Das Innenministerium Baden-Württemberg hat sich distanziert und hat Ringo M. dann vor allem erstmal wegversetzt vom Verfassungsschutz in eine andere Behörde und auch beteuert, er sei rein privat dort gewesen, nicht im offiziellen Auftrag. Und Innenminister Thomas Strobel von der CDU in Baden-Württemberg sprach von einem Störgefühl. Die Bundespolizei hat Ermittlungen eingeleitet gegen mindestens einen Polizisten, von dem wir wissen, wegen Tragen eines Unita-Patches. Der Waffenhersteller Heckler & Koch hat sich auch mit dem Verein nichts mehr zu tun haben. Er hatte geschäftliche Kontakte mit einigen Unita-Leuten und auch das Unita-Logo, wie man hier sehen kann, war auch mal einer offiziellen Erwerbeanzeige zu sehen. Der Autovermieter Sixt hat seinen Sicherheitschef und einige Sicherheitsmitarbeiter entlassen. Der Sicherheitschef von Sixt war bei Unita sehr aktiv. Und auch der Energiekonzern RWE hat reagiert, da waren Unita-Mitglieder, hatten eine Sicherheitsfirma und haben unter anderem mal Unita-Mitglieder eingesetzt bei Einsätzen rund um den Hambacher Forst. Andere sind da zögerlicher, andere Organisationen. Und das ist ja auch, muss man ja auch sagen, ist eine Grauzone, die wir hier sehen, die man sich den Verein jetzt mal speziell anschaut. Und die Grauzone nutzen aber die Leute auch ganz geschickt. Also sie üben Militärtaktik mit sogenannten Anscheinswaffen in aller Regel. Das heißt, das ist dann ein Sturmgewehr, das aussieht wie ein Sturmgewehr, sich so anfühlt, man mit dem üben kann, aber es ist keine echte Waffe, sondern eine Airsoft-Waffe und das hat mich verboten. Dann üben sie Schießen auf einem Schießstand. Die ja auch, so Schießkino kann man ja alle super üben, aber wenn man ein Sportschütze ist, dann oder sogar auch Behördenmitarbeiter, dann ist das auch völlig legal. Man kann natürlich an einem Tag X oder wann auch immer diese Sachen dann kombinieren. Und dann hat man Leute, die gut schießen können vom Schießstand, die Militärtaktik können und wenn man das dann kombiniert, dann ist es ja vielleicht eine Gefahr. Und dieses Netzwerk ist so in der Form, wie wir es kennen, vor einem Tag X aufgeflogen, also auch zu einem relativ frühen Zeitpunkt. Und glücklicherweise ist nichts richtig Schlimmes passiert, aber das erschwert natürlich auch ein bisschen dann die eindeutige Bewertung. Ja, also wir wollen nochmal sagen dazu kurz, was sich dort eigentlich für Männer finden. Also der Verfassungsschutz schätzt Franco A und sein Umfeld schon durchaus als rechtsextrem ein. Genauso auch die Verdächtigen, die im Umfeld der Nordkreuzermittlung aufgefallen sind. Es ist aber schon so, dass ein Großteil davon sich eher sozusagen in Wochen oder Monaten irgendwie quasi blitzradikalisiert haben. Das ist so ein Terminus, den man eher so vom islamistischen Terror sonst normalerweise kennt, zumindest von Teilen davon. Das heißt also Leute, die eigentlich keine bekannten Rechtsextremen sind, sondern die sich nach 2015 radikalisiert haben und in Richtung des Rechtsextremen gewandert sind. Wir finden meistens auch nicht das, was man ein geschlossenes, rechtsextremes Weltbild nennt, sondern ein je nach Persönlichkeit zusammengestelltes Puzzle aus Ideologiefragmenten. Wichtig dabei sind zwei Dinge, Rassismus und eine Feindschaft gegenüber der Linken, also dem Antifa e.V. und so, also sozusagen so relativ undifferenziert, das Feindbild sozusagen, was die Linke betrifft. Und diese Analyse stammt gar nicht von uns, obwohl sie von uns hätte kommen können, sondern vom Verfassungsschutz, der quasi eine Analyse erstellt hat, wie man denn künftig mit den neuen Erscheinungsformen des Rechtsextremismus umgehen soll. Der Verfassungsschutz sagt natürlich auch immer gleich, was ihm fehlt, nämlich, wenn es so ist, wie es jetzt ist, oft auch offensichtliche Ansatzpunkte für die nachrichtendienstliche Aufklärung. Was möchte der Verfassungsschutz dann? Horst Seehofer hat einen Gesetzentwurf schon länger, also schon lange vor diesen Recherchen veröffentlicht. Und da möchte er zum Beispiel, dass der Verfassungsschutz unter bestimmten Bedingungen, wie es immer so schon heißt, in die Smartphone seiner Zielperson eindringen kann, um Chats mitzulesen zum Beispiel. Schauen wir nochmal dorthin, wo die Recherchen begonnen haben, nach Mecklenburg-Vorpommern. Dort wurde im Juni dieses Jahres, gab es da nochmal große Durchsuchungsmaßnahmen. Es wurde bei vier SEGA-Beamten durchsucht und die wurden auch festgenommen, weil sie massenhaft Munition und auch Waffen, Munition geklaut haben sollen, teilweise aus Polizeibeständen und dann vor allem aufbewahrt und auch Waffen. Und gesammelt das Ganze, das soll eben Marco G. gemacht haben, der Polizist, den wir vorhin ja schon im Panorama-Interview gesehen haben, eben die Munition sammeln für einen Tag X. Und da war dann die Rede so von knapp 60.000 Schuss Munition. Und noch was ist passiert im Sommer dieses Jahres, es wurden Leute informiert, vor allem Mecklenburg-Vorpommern, die sich auf einer sogenannten Feindesliste, sogar auf der wichtigsten von diesen Adresssammlungen, der bedeutendsten gefunden haben. Die wurden nicht informiert, um sie zu warnen oder zu sagen, hier passt mal auf, es könnte sein, jemand hat was Böses vor, sondern die wurden dann irgendwann informiert, weil das BKA sie als Zeugen befragt hat. Und dadurch erst haben sie mitbekommen, was da eigentlich sozusagen, dass sie auf so einer Liste stehen. Es wurden dann auf öffentlichen Druck hin, es gab dann sehr viel Berichterstattung über das Thema, dann auch alle möglichen anderen Leute informiert, die dann auf allen möglichen Listen standen, die dann teilweise auch jetzt nicht die allergrößte sozusagen direkte Gefährdungseinschätzung haben. Wo man jetzt sagen muss, sozusagen offiziell ist niemand auf diesen Listen überhaupt wirklich gefährdet. Auf einer Skala von achtstufigen Skala ist das sozusagen die zweitunterste Stufe nach offizieller Einschätzung. Und in diesen Schreiben, die die Leute dann bekommen haben, da stand nicht mal drin, was das überhaupt geht. Das heißt, es waren dann viele ein Rätsel, die dann uns angerufen haben, gefragt haben, ja, was bedeutet das eigentlich, wenn ich dieses Schreiben bekomme? Und in Mecklenburg ist noch dann was passiert, was wir recherchieren konnten. Und zwar hat Innenminister Kaffier von der CDU, hat kurz nachdem die Prepper da zum ersten Mal Thema waren, im Spätsommer 2017, irgendwie gesagt, ja, diese Prepper, wir wissen gar nicht, wie viele gibt es da, sind die gefährlich oder nicht? Und er hat eine Kommission eingerichtet, die sogenannte Prepper-Kommission, mit ganz vielen Polizisten, Innenministeriumsleuten und aber auch so Landeszentrale für politische Bildung und ein paar Wissenschaftler. Diese Kommission wollte eigentlich einen Abschlussbericht veröffentlichen, das hat sie bis heute nicht gemacht. Wir kennen den auch nicht, aber wir kennen interne Unterlagen dieser Kommission und können inzwischen ganz gut sagen, was diese Kommission eigentlich herausgefunden hat inzwischen. Nicht viel, das mal so kurz gespoilert. Sie haben nämlich, erst mal haben Sie sozusagen den aktuellen Fall, also alles, was mit Nordkreuz zu tun hat, erst mal ausgeklammert, alles, was Ermittlungen sind und natürlich haben Sie dann erst mal ganz viel gar nicht mit reinnehmen können. Sie haben in dem Polizeisystem nicht viel gefunden, weil natürlich Prepper gar nicht da irgendwie ausdrücklich genannt werden. Sie haben dann gesagt, okay, wir müssen auch mal online suchen, was müssen wir da finden. Ein Mitarbeiter des Verfassungsschutzes war zuständig, vom Landesamt, beziehungsweise der Abteilung im Innenministerium Verfassungsschutz und der hat dann in zwei Sitzungen, wann das glaube ich, hat er dann sozusagen präsentiert, was sie herausgefunden hat, was er herausgefunden hat. Er hat herausgefunden, dass es bei Facebook offene, und zwar sechs Stück glaube ich, offene und geschlossene Gruppen gibt, wo sich Prepper organisieren. Und dann bei der nächsten Sitzung sagt er, ja, in den offenen eigentlich nichts Problematisches und die geschlossenen, da sieht man ja nicht, kommt man nicht rein. Und das wäre zu aufwendig. Also das war ungefähr das Niveau, wie sich diese Kommission damit beschäftigt. Sie hat sehr viel Zeit damit verbracht, zu überlegen, ja, wie nennen wir eigentlich diese Prepper, vor allem, wie nennen wir diese problematischen Prepper, weil sie sagen, alle irgendwie problematisch zu finden, dass das ist nicht okay. Es gibt eben auch Gute, die ja sich eben für Katastrophen vorbereiten, wie es ja auch eben empfohlen wird, und dann gibt es eben die bösen Prepper. Und sie haben es dann geeinigt auf einen Begriff Radiprä. Okay, das sind sozusagen die bösen Prepper. Ich glaube nicht, dass er sich durchsetzen wird. Die Kommissionsmitglieder haben immer wieder darauf getränkt, diesen Bericht zu veröffentlichen. Und zwar zum ersten Mal wollten sie veröffentlichen im November 2018 rum. Da kamen dann dummerweise Medienartikel dazwischen, die irgendwie nicht so übereingestimmt haben mit dem, was in diesem Bericht drin gestanden wäre. Also haben sie es verschoben. Dann eben jetzt im August 2019 nochmal, die Kommissionsmitglieder haben, glaube ich, da auch keine Lust mehr länger zu tagen, auch in sehr großen Abständen inzwischen, haben gesagt, lass uns doch das, was wir haben, veröffentlichen. Und dann schauen wir weiter. Da hieß es dann in einem internen Vermerk, der Bericht hat erhebliche Mängel, also ein Zitat, und das sei der Öffentlichkeit nicht zu vermitteln. Und deshalb wird er weiterhin nicht veröffentlicht. Es gibt auch eine andere Kommission, die dann eingesetzt wurde von Café, die sogenannte SEK-Kommission, als unabhängige Kommission. Und die sollten herausfinden, was eigentlich in diesen SEKs da los ist, wo ja dann irgendwie Leute Munition abzweigen und für den Tag X sammeln und einer davon irgendwie jetzt dann auch vor Gerät stand. Und dieser Bericht, da steht dann sowas drin, dass in einer von drei SEK-Einsatzgruppen, Zitat, rechtsextremistische, insbesondere fremdenfeindlich geprägte Einstellungen und entsprechende Fehlverhaltensweisen vorzufinden seien, außerdem eine mangelnde Aufmerksamkeit und fehlende Konsequenz von Vorgesetzten auf allen Ebenen und Defizite im Bereich der Fach- und Dienstaufsicht. Also ein ziemliches Desaster in einer normalen Welt würde das vielleicht einen Rücktritt mit sich bringen. In Mecklenburg-Vorpommern auf jeden Fall nicht. Aber Café hat Änderungen angekündigt. Das SEK zum Beispiel soll als der Landesbereitschaftspolizei zugeordnet werden, nicht mehr dem LKA. Es soll in Zukunft auch ein Psychologe dabei sein beim Auswahlverfahren. Und es sollen mehr Frauen in die Landespolizei, weil dann sei das schon alles mit diesen nicht mehr so problematisch. Und es gab auch personelle Konsequenzen, so wurde es genannt. Zwei leitende Polizisten werden versetzt, der eine innerhalb des Innenministeriums und der andere wechselt vom LKA, der LKA-Chef wechselt zum Verfassungsschutz. Genau. Eine weitere Konsequenz aus den Ermittlungen könnte man sagen, war der Prozess gegen Marco G., eben diese Schlüsselfigur, dem Gründer und Administrator von Nordkreuz. Marco G. stand vom Landgericht Schwerin im November und Dezember, war angeklagt wegen Verstößen gegen das Waffengesetz, Kriegswaffenkontrollgesetz und Sprengstoffgesetz. Die Staatsanwältin hat 42 Minuten gebraucht, um vorzulesen, was er alles so gehortet hatte an Waffen, Munition, also ungefähr so eine Schulstunde lang. Wir haben es gestoppt. Also von daher, die Zahl ist gerichtsfest. Und Marco G. hat sich, also und im Nordkreuz ging es eigentlich nur am Rande. Das ist sozusagen quasi als Motiv vielleicht fürs Waffensammeln oder so, hat die Staatsanwaltschaft das in Betracht gezogen. Aber darüber ist eigentlich nicht verhandelt worden. Marco G. hat sich im Prozess eingelassen, also er hat schriftlich und mündlich auf Fragen geantwortet und hat quasi gesagt, ja, okay, vielleicht werde ich etwas unordentlich mit dieser Munition und ja, diese Maschinenpistole, die aus Bundeswehrbeständen geklaut wurde, die habe ich aus Abenteuerlust auf einem halbdunklen Parkplatz gekauft und dann bei meinen Schwiegereltern irgendwie vergessen im Schrank. Und meine Chats, ja, die gab es zwar, aber die waren völlig unpolitisch. Mal so die Gegenprobe. Also die jetzt nicht als antifaschistische Gruppe bekannte Bundesregierung schätzt, den Chat viel gewinnt, den Marco G. auch unter anderem war, als rechtsextrem ein. Es war in diesem Gerichtsprozess ein Kriminalpolizist vor Ort, der die Kommunikation von Marco G. ausgewertet hat. Nordkreuz-Chats konnte er nur bedingt auswerten, weil ab 2000 oder vor 2017 quasi viele Löschungen quasi dabei sind. Aber andere Chats wie Reisegruppe DD oder Drästen, die uns auch bekannt sind, konnte er auswerten. Und da hat dann Marco G. unter anderem zum Beispiel fast schon ein Klassiker leider zum 20. April 2017 ein Bild von Adolf Hitler verschickt, wo darunter stand Happy Birthday. Er hat ein Bild verschickt von Soldaten, die aussehen wie Wehrmachtssoldaten und die auf eine Person zielen, die am Boden liegt, augenscheinlich tot. Und da drauf stand dann Asylantrag abgelehnt. Genau, also das ist dort im Gericht aufgetaucht und auch dementsprechend, wie gesagt, auch länglich an einem Verhandlungstag ausgebreitet worden. Das Gericht hat trotzdem die Beweise des Prozesses sehr zugunsten von Marco G. ausgelegt. Es hat zum Beispiel gesagt, und das ist wirklich eine Lieblingsstelle von mir aus allen Gerichtsprozessen, die ich jemals erlebt habe. Also Marco G. hat, so hat der Richter gesagt, nach einer ersten Durchsuchung bei ihm, da ist ja sehr viel Munition gefunden worden, dann vor der zweiten Durchsuchung ja schon viel weniger illegale Munition erworben. Und der Richter hat gesagt, das ist ja schon ein Schritt in die richtige Richtung. Ja, so. Und der Richter hat es ihm auch als, wie soll ich das nennen, als Vorteil ausgelegt, dass er über seine Einnahmen dieser Gruppe Buch geführt hat, weil Terroristen führen keine Kassenbücher. Ja, weiß jeder? Also dieser schlagende Beweis ist auch dort zum Tragen gekommen. Das Urteil jedenfalls ein Jahr und neun Monate auf Bewährung. Zu Weihnachten war Marco G. wieder zu Hause bei Mutti. Der Prozess in Schwerin hat also gezeigt, dass es ziemlich schwierig ist, offenbar sich juristisch mit diesem Netzwerk sozusagen dem irgendwie Herr zu werden. Und schauen wir nochmal genauer auf die Lage da im Nordosten der Republik. Wir haben hier also eine Gruppe Nordkreuz, gegründet von Marco G. Und in dieser Gruppe sind zwei Leute, gegen die wird ermittelt wegen Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat, wie es § 89a Strafgesetzbuch, also Terror. Da ermittelt der Generalbundesanwalt. In dieser selben Gruppe haben wir, und diese Männer sollen eben diese Feindeslisten angelegt haben und die Tötung irgendwie vielleicht im Sinn gehabt haben. In dieser selben Gruppe ist eben der Gründer Marco G., der zusammen dann auf dem vielleicht, da wird noch ermittelt, mit anderen SZK-Beamten Munition irgendwie sich beschafft hat. Vieles davon war in der Tat dann auch legal, weil er Sportschütze auch war und sozusagen vieles legal haben durfte. Aber da haben bestimmte Waffen, Munitionen für den Tag X, so dass das Gericht auch festgestellt, gehortet hat. Und der ist inzwischen verurteilt, wenn es auch noch nicht rechtskräftig ist, weil die Staatsanwaltschaft Revision eingelegt hat. Und das wird getrennt betrachtet, obwohl es sozusagen diese eine Gruppe ist. Da fragen sich manche, ja, wieso wird hier nicht wegen Bildung einer terroristischen Vereinigung ermittelt? Man hat drei Leute, die man braucht, könnte man machen. Das ist eine gute Frage, die wir uns natürlich auch stellen, die sich viele stellen. Der Generalbundesanwalt, der dann zuständig wäre und ist, der hat sich die auch gestellt. Immer wieder geprüft, ob das ihm möglich wäre, hat er offenkundig keine Anhaltspunkte gesehen. Eben dieser Gruppe das gemeinsame Ziel nachzuweisen, dass sie gemeinsam schwere Straftaten begehen wollen mit einem politischen Hintergrund. Das hat er bisher zumindest so nicht gesehen. Und dann eben das Verfahren Marco G. an die Staatsanwaltschaft in Schwerin abgegeben, wo dann eben der Prozess vor dem Landgericht gemacht werden konnte. Hier ist auch wieder aufwendig, dass das getrennt gemacht wird. Die einen haben sozusagen die Feindeslisten und der andere hat die Munition und noch andere haben dann vielleicht die Waffen. Das kann Zufall sein, vielleicht ist es aber auch Strategie. Apropos Netzwerksgrafik. Auch das BKA, das Bundeskanzleramt hat so eine Grafik inzwischen öffentlich vorgestellt. Das ist hier Holger Münch, der Chef des BKA auf der Herbsttagung der Behörde in diesem Jahr. Und das war so ein Beispiel, wo er so vorgestellt hat, wie man so ermittelt. Und man muss sagen, okay, er hat es ein bisschen übersichtlicher hinbekommen als wir. Der Bericht, der schon erwähnte Bericht für das Parlamentarische Kontrollgremium, der soll in Kürze fertiggestellt werden. Der dürfte ziemlich interessant werden. Das Problem ist geheim. Aber zumindest drängender Oppositionspolitiker drauf, soll er dann zumindest eine Kurzfassung, zumindest auch öffentlich sein. Ja, von UNITA hat inzwischen irgendwie wahrscheinlich ganz Deutschland nochmal gehört, weil vor wenigen Wochen es die Affäre um Robert Möritz gab, ein Lokalpolitiker aus Sachsen-Anhalt. Da hat jemand auf Twitter gemerkt, dass der offenbar bei UNITA aktiv ist. Und dann hatte er auch eine rechtsextreme Vergangenheit. Und er hat die schwarze Sonne tätowiert. Ein Symbol, was stark mit der SS in Verbindung gebracht wird. Die CDU hat da lange drüber diskutiert. Es hieß dann, er interessierte sich irgendwie doch nur für die keltische Mythologie. Deswegen hat er sich das tätowieren lassen. Man fragt sich immer, was passiert wäre, wenn er irgendwie, keine Ahnung, sich für Wale interessiert hätte. Wäre so groß, wäre ein Familien-Tattoo geworden. Hätten sich alle irgendwie so einen Wahl tätowieren müssen. Man weiß es nicht. Aber jedenfalls, die CDU hat fast die Regierung zerlegt über diesen Mann, weil die Grünen natürlich wollten, oder zum Beispiel die Teile der Grünen wollten, dass der Mann ausgeschlossen wird aus der Partei. Es gab sozusagen eine Regierungskrise in Sachsen-Anhalt. Und sie hat dann Robert Möritz selbst gelöst, indem er aus der CDU ausgetreten ist. Also die Chance hätte auch der CDU was sagen können über seine rechtsextremen Kontakte und ob er sich distanziert hat. Aber er hat den Austritt gewählt. In der CDU Sachsen-Anhalt mag es also noch nicht in allen Teilen angekommen sein, dass UNITA ein problematischer Verein ist, in dem sich Rechtsextreme sehr wohl fühlen. Die Parteivorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer, die auch Verteidigungsministerin ist, sieht es anders. Die sagt ja inzwischen, wer sich also Mitglied bei UNITA ist oder sich mit UNITA-Symbolik schmückt, der setzte sich schon dem Verdacht aus, rechtsextremen Vereinen und Chats nahezustehen. Und was macht Hannibal? Das hier ist kein Fake oder Satire, sondern von der UNITA-Webseite. Er ist inzwischen von seinen Vereinsämtern offiziell zurückgetreten, hat zum Abschied ein eigens geschmiedetes Schwert geschenkt bekommen. Auch aus der Bundeswehr ist heraus seit kurzem und er muss sich in Kürze verantworten vor Gericht wegen Verstoßes gegen das Waffen- und das Sprengstoffgesetz. Und was macht der MAD? Das noch zum Schluss? Also nicht nur nach den Hannibal-Recherchen, sondern auch nach dem Mord an Walter Lübcke und anderen Recherchen, die es ja inzwischen gibt über, ich sage ich mal, rechtsextreme, Rechtsradikale bei verschiedenen Sicherheitsbehörden, auch bei der Polizei, sollen das BKA und die Geheimdienste umgebaut werden. Den MAD trifft dieser Umbau am stärksten. Es soll mal ganz grundsätzlich ein bisschen weggegangen werden von dem Prinzip, dass Soldaten dort Soldaten beobachten. Da soll mehr Distanz reinkommen. Das heißt, 400 zivile Mitarbeiter sollen eingestellt werden. Es soll auch einen zivilen Vizepräsidenten des MAD geben. So zum Vergleich, der MAD hat jetzt so geschätzt 1200 Mitarbeiter ungefähr. Das heißt, es wären ganz schön viele. Und es soll auch eine Stelle beim Verteidigungsministerium geben, die dafür sorgt, dass so wenn der MAD Hinweise auf rechtsextreme Gesinnung hat, dass die irgendwie auch disziplinarisch verfolgt werden, diese Hinweise. Dann hat sich in diesem Jahr wieder in dieser öffentlichen Anhörung der MAD-Chef Herr Gramm nochmal geäußert zu der Frage, gibt es rechtsextreme Netzwerke? Können Sie das kurz und knackig sagen, gibt es Netzwerk oder ein Netz von Rechtsextremisten in der Bundeswehr? Kurz und knackig antworte ich darauf, jein. Der Begriff des Netzwerks ist ja nun, und darüber haben wir uns ja schon mehrfach versucht zu verständigen, nicht so richtig scharf greifbar. Für den einen besteht ein Netzwerk darin, wenn drei Leute miteinander telefonieren und sich darüber austauschen, wie schrecklich unsere Bundeskanzlerin ist, weil sie gegen viele Gesetze verstößt. Für andere ist ein Netzwerk eine Chatgruppe im Internet und ein Forum. Für wieder andere besteht ein Netzwerk aus einer entschlossenen Personengruppe, die das Ziel hat, die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu beseitigen. So wie die dritte Gruppe ist, ist unser Verständnis vom Netzwerk im Sinne eines Rechtsbegriffs, weil so steht es in § 4 Bundesverfassungsschutzgesetz drin. Das schließt aber selbstverständlich nicht aus, dass wir blind sind für Vernetzungsprozesse unterhalb dieser entschlossenen Gruppierung. Dafür war ein bisschen der Begriff der Schattenarmee gebraucht. Und selbstverständlich sehen wir, dass es hier Personenbildungen, Zusammenschlüsse gibt, auch unterhalb dieser Schwelle. Anders formuliert, auch Verfassungsfeinde können selbstverständlich sich untereinander vernetzen, sich austauschen, sich gewechselseitig in ihrer verfassungsfeindlichen Überzeugung verstärken. Und das tun die auch. Und solche Zusammenhänge haben wir auch in der Bundeswehr festgestellt. Okay. Also einmal im vergangenen Jahr ein Nein, jetzt ein längliches Jein. Also kein Netzwerk, aber eine doch deutliche Vernetzung. Uns bleibt nichts anderes übrig, als weiter zu recherchieren. Und das werden wir tun. Ja, wenn ihr unsere Texte lesen wollt, unter taz.de-hannibal findet ihr sie. Ansonsten gibt es da auch noch den Hashtag taz-zahlig. Wir haben ein freiwilliges Bezahlmodell. Bezahlt uns doch Geld. Darüber freuen wir uns auch. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit auf jeden Fall, dass ihr so früh aufgestanden seid. Und wenn jetzt noch Fragen sind, fragt. Applaus Ja, vielen herzlichen Dank für diesen wirklich äußerst spannenden, aber auch sehr erschreckenden Vortrag. Wir haben jetzt noch ein wenig Zeit für Fragen und wir würden mit einer Frage aus dem Internet beginnen. Ja, zunächst mal danken euch sehr viele Leute im IAC und sie fragen, ob es personelle oder Zusammenhänge oder Kontakte zu den Stay-Behind- und Gladio-Netzwerken gibt, die von der CIA initiiert wurden. Das ist auch eine beliebte Frage von Anfang an. Hashtag Hannibal gleich neben dem Hashtag Gladio. Wir haben da, also wir sind grundsätzlich auf der Suche auch, wie viele andere, was für Kontinuitäten es möglicherweise gibt von längeren Organisationen, die vielleicht früher anders hießen. Wir haben da bisher keine Erkenntnisse, dass es da irgendwelche Kontinuitäten oder Zusammenhänge zu diesen Phänomenen gibt. Als nächstes eine Frage aus dem Saal und zwar von der Nummer 7. Wie kommt, ist irgendwie bekannt, wie es dazu kommt, dass viele deutsche Geheimdienste, Inlandsgeheimdienste so ein unvorstellbar enges, ja beschränktes Bild vom Rechtsextremismus haben. Wisst ihr dazu was? Naja, man kann da natürlich, wie soll ich sagen, verschiedene Theorien haben. Also der, ich sage mal so, der Punkt ist, dass uns während dieser ganzen Recherche relativ oft von Behörden gerade am Anfang vermittelt wurde, da wäre nichts. Und wir haben auch öfter mal an uns selbst gezweifelt, ob wir vielleicht was sehen, was gar nicht da ist. Der Punkt ist nur, es gab dann immer so verschiedene Motivationen, weiterzumachen. Ich zum Beispiel, ich bin ja Hashtag Baseballschlägerjahre, in den 90ern in Ostdeutschland aufgewachsen. Ich kenne dieses Gefühl, dass einem Behörden sagen, dass irgendwas nicht da ist, was dann vielleicht doch da ist. Und von anderen sozusagen, wir hatten eine relativ diverse Gruppe, wurden dann wiederum andere Gründe gesehen, warum man immer weitermachen sollte. Ich würde zum Beispiel sagen, Stichwort Diversität, es ist ein Problem zum Beispiel der Geheimdienste, wenn dort nur männliche, weiße Juristen arbeiten und zum großen Teil ist es so, die sozusagen eine bestimmte Ausbildung haben oder so, dann zum Beispiel sehen die das nicht. Also ich weiß, Diversity klingt immer so als so ein soft, so weiß ich nicht, so ein softes Wort, aber sozusagen bei deutschen Sicherheitsbehörden wäre es eine richtig harte Nummer, wenn man das dort mal einziehen würde, weil es einfach tatsächlich so ist, Leute mit unterschiedlichen Erfahrungen sehen unterschiedliche Dinge. Dann gibt es irgendwie teilweise ziemlich, gibt es diese personellen Überschneidungen teilweise, von denen wir ja irgendwie gesprochen haben und personelle Nähe. Und dann ist es einfach auch so, es ist schwer, also auch wenn wir diesen Leuten gegenüber gestanden haben, haben wir uns öfter gefragt, ist der jetzt rechtsextrem oder nicht? Ist es irgend so ein Spinner-Opa, der irgendwie einfach zu viel irgendwie über, weiß ich nicht, seine Vorfahren nachliest, die bei der SS sind oder ist es wirklich gefährlich? Es ist oftmals einfach nicht so leicht einzuschätzen, vor allen Dingen nicht für Geheimdienste und Organisationen, die gerne mit juristischen Begriffen und Kategorien arbeiten. Also ist jemand so und so hart einzuordnen? Und daran ist ja auch nicht alles falsch, denn wenn wir sozusagen alles irgendwie mit Verdacht erledigen würden in solchen Organisationen, ist ja auch irgendwie klar, dass es nicht nur sich auf rechts beschränken würde, sondern auch bei, auch sozusagen sich im linken Spektrum sozusagen manifestieren würde. Ich weiß nicht, ob das sozusagen die Frage beantwortet. Das wäre sozusagen... Kurzer Hinweis zum Stichpunkt Diversität. Eigentlich stände hier auch Christina Schmidt, unsere Kollegin, achten wir auch drauf. Sie kann leider heute nicht, aber es ist ganz wie nachzuhören. Zum Beispiel einen Podcast mit Katascha, wo Christina noch viel mehr erzählt, findet man alles online. Genau, unter denkangebund.org. Als nächstes noch eine Frage aus dem Internet. Ja, es wird gefragt, ob es für euch wegen der Recherche persönliche Konsequenzen gab oder Einschüchterungsversuche. Ja, sozusagen, Sebastian hat ja erzählt von diesem Beispiel, wenn da so Leute plötzlich vor einem stehen. Es gibt auch so Mails, in denen könnte man sagen, Dinge, die man als Morddrohung verstehen könnte, geäußert worden sind. Aber nicht besonders spezifisch, jetzt wegen dieser Recherche würde ich sagen, also eher erstaunlich wenig sozusagen. Es gibt schon Leute, die uns da nicht so richtig leiden können, was immer ein bisschen dann inzwischen sehr witzig ist, der Verein Uniter. Am Anfang konnten sie sich, wir haben es ja angefragt, dann auch eine teure Rechtsanwaltskanzlei, eine sehr Bekannte aus Köln leisten. Später haben sie dann selbst geantwortet und so viel Quatsch immer geantwortet, dass es dann irgendwie auch eher witzig war. So auf dem Art haben die versucht, uns am Anfang so ein bisschen einzuschüchtern juristisch. Aber das war so absurd, dass es uns auch nicht interessiert hat. Dann hätten wir noch Zeit für eine Frage aus dem Saal und zwar bei der Nummer 8. Hallo. Ja, vielen Dank für die Recherche. Und eine Frage zu dem Tag X, der ja ganz oft genannt wurde. Gibt es da irgendwelche näheren Definitionen beziehungsweise wer definiert das und dann vor allen Dingen auch, wer ruft ihn denn aus? Das ist auch eine gute Frage. Das weiß keiner so richtig. Es ist auch nicht klar definiert, was ist der Tag X. Es gibt da zumindest die Öffentlichere. Wenn man die fragt, ist dann eben dieses Naturkatastrophe. Es kann ja mal einen Stromausfall geben, was es ja auch wirklich jetzt in Berlin, Köpenick ja zum Beispiel auch mal ein, zwei Tage, drei Tage irgendwie gibt. Das ist ja alles nicht unrealistisch. Und dass dann aber irgendwie das nächste Schritt auf die staatliche Ordnung zusammenbricht, wie genau man das dann auch definieren mag. Es gibt da keine klare Definition, aber innerhalb dieses Netzwerks ganz schnell kommt dann eben das, wir haben irgendwie zu viele Migranten, die hier nach Deutschland kommen, also das als Zitat, und die überrennen uns, da müssen wir dann gucken und dann kann es keiner mehr uns irgendwie schützen, das müssen wir selber machen. Es gibt keine klaren Definitionen. Das macht es natürlich auch gefährlich, weil auch eine Kleingruppe geben kann, die sagen kann, die vielleicht, das ist aber als Beispiel, dass in Hamburg, die sagen kann, hier brennt irgendwie ein paar Straßen im Schanzenviertel, gibt es irgendwie Feuer. Vielleicht ist das schon Tag X und dann agieren sie. Oder ob der Tag X vielleicht auch eine These aus sozusagen gelöst werden kann, künstlich. Und da ist eben Franco A. kommt da ins Spiel, das ist eine These erstmal, da kommt der Prozess auch erst noch, da weiß man nicht mehr Teil, ob es da so einen Zusammenhang gibt, aber es könnte theoretisch sein, dass man sagt, ich als Flüchtling zum Beispiel, als Syrer getarnt, begehe irgendwie einen Anschlag und dann könnte das an Tag X sein, wo andere wieder reagieren. Das ist sozusagen eine Möglichkeit, aber es ist in der Tat nicht klar definiert und deshalb auch sehr diffus. Ich sehe hier noch ganz viele Fragen. Wir haben leider nur noch Zeit für eine einzige und da würden wir das Mikro Nummer 3 nochmal nehmen. Hi, ihr hattet auf eurer Netzwerkfolie den Tino H. erwähnt, der meines Wissens nach auch im NSU mit drin hang. Wie sieht da genau die Beziehung aus? Wir haben es hier mal aufgemalt. Diese Verbindungen sind alle nicht zum NSU selbst, sondern zu dem Umfeld eines NSU-Opfers, eben Michael Kiesewetter in Böbling bei der Bereitschaftspolizei. Da ist uns eben aufgefallen, dass da einige Leute, die damals in dieser Polizeieinheit waren, dann wieder aufgetaucht sind, vor allem Ringo M., der eben den Verein gegründet hat. Es tauchen dann Leute auch wie Thomas B., der unter anderem auch vorher mal aufgefallen ist, weil er illegal Polizisten in Libyen ausgebildet hat. Und da ein Kollege war eben auch Timo H. Ob es dann eine Bedeutung weiterhin gibt, wissen wir nicht. Wir haben natürlich da viel gesucht. Es ist einfach nur aufgefallen, dass da viele Leute wieder auftauchen. Martin Hess zum Beispiel, der auch in der Einheit war, das ist jetzt im Bundestag für die AfD und auch im Innenausschuss, wo dann eben UNETAR der Verein, den eben dann andere Ex-Kollegen da unterwegs sind, dann auch sozusagen thematisiert. Das war einfach nur eine Auffälligkeit und eben dann auch Timo H., der ja mal im KUK-Klan unterwegs war. Das sind Auffälligkeiten, wo wir aber nicht wissen, ob es da noch irgendeine Bedeutung überhaupt gibt dahinter. Ja, vielen, vielen Dank euch beiden noch einmal für diese sehr interessante Recherche. Ich würde sagen, nochmal einen donnernden Applaus für euch beide und euer Team. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.